hallo und herzlich willkommen zu aktien news heute update zu mc entertainment aktie gestern kam ja die quartalszahlen zu zweiten quartal und ja es gab ja schon mal quasi ein vorgeschmack zu diesen quartalszahlen da hat sich gar nicht so viel verändert wir gehen sie trotzdem noch mal durch ja der aktienkurs hat sich nicht so sehr viel bewegt nachbörslich kam bis die bewegung rein aber grundsätzlich ja ist nicht viel passiert ich glaube sogar er hat im minus geschlossen wir schauen uns gerade noch mal an kurs bei 4 dollar 94 minus und 3,5 prozent nachbörslich plus minus 0 und wir haben hier die situation dass wir immer noch nicht über der 50 tage sind geschweige denn über der 20 tage linie wir sind hier noch in diesem aufsteigenden dreieck ja so kurz drunter gewesen jetzt mal ja direkt auf der linie eigentlich da muss man sehen wo es nächste weiter geht ist ein bisschen orientierungslos der kurs ihr seht ja hier diese lange seitwärtsbewegung und da befähigt sich der kurs jetzt momentan wie gesagt ja in so einer range und bricht daraus nicht wirklich aus wir haben hier das 50er fibonacci retracement was ja auch noch so ein bisschen als unterstützung gilt und noch ein bisschen hält auch und wir dürfen gespannt sein was dann nächste woche passiert auf jeden fall die zahlen haben jetzt nicht gerade so sehr viel bewegt aber so aber sie waren ja auch schon klar wir gehen es noch mal ganz kurz durch im prinzip gesamtumsatz lag bei 1,03 milliarden und im selben zeitraum letztes jahr bei 1,347 milliarden also hier gab es weniger umsatz es gibt hier einen höheren mittelabfluss und zwar mittelabfluss in höhe von 32,8 millionen und das ist im prinzip das der netto gewinn der mittelabfluss liegt hier bei 34,6 millionen minus quasi und lag im vorjahreszeitraum bei 13,4 das heißt also der mittelabfluss ist auch gestiegen und wir haben einen netto gewinn einen netto verlust kann man sagen von 32,8 millionen und hatten im selben jahr quasi im selben zeitraum einen gewinn von 8,6 millionen ja ergebnis die aktie minus 10 cent und im vorjahreszeitraum 6 cent im plus das heißt die zahlen sind eigentlich durchweg relativ schlecht muss man sagen aber das war auch so vorgesehen beziehungsweise hat auch ml und im vorfeld auch gesagt das positive an der ganzen sache ist dass der juni ja so gut war wie der mai und der april zusammen also fast so gut das heißt also man merkt hier eine steigung im prinzip der juni war ein sehr sehr guter monat april und mai waren halt relativ schlecht aber man sieht quasi die steigende tendenz was auf jeden fall als positiv zu werten ist und das dritte quartal soll ja im prinzip ja ganz gut sein also besser wie das zweite quartal jetzt und das vierte quartal soll dann phänomenal werden ich bin gespannt auf jeden fall sieht man hier zumindest mal von den monaten her hat man gesehen dass es da auf jeden fall eine steigung gab wie gesagt mai und april zusammen ja etwas weniger als der juni etwas mehr als der juni das heißt der juni war schon sehr sehr stark also fast so stark wie die beiden monate zusammen gut den kurs angeschaut wir haben hier noch mal die nachricht dass der einzelhandel quasi wurde auf 6.500 vertriebsstellen ausgeweitet für popcorn was auch schon mal auf jeden fall gut ist auf jeden fall auch schon mal positiv ist und ich will euch jetzt noch so ein bisschen zusammenfassen was so insgesamt beim earnings call beredet wurde webcast war ja auch gewesen und das sind halt so ein paar punkte angesprochen worden und da will ich euch mal ganz kurz mal so ein bisschen zusammenfassung machen von den punkten als 1,86 milliarden waren quasi diese kredite die ab 2026 liefen und diesen refinanziert worden fälligkeit 20 29 20 30 habe ich auch schon darüber berichtet das heißt eine refinanzierung der kredite hat stattgefunden was als sehr positiv zu werten ist und dadurch auch eine geringere fällige kapitalzahlung von über 800 millionen us-dollar 1,16 milliarden schulden wurden seit 2022 reduziert wir haben cash bestand von 770 millionen us-dollar habe ich jetzt auch schon mal gesehen hier in der bilanz 178 standorte wurden geschlossen und 60 neu eröffnet und die 60 neu eröffneten übertreffen den umsatz der 178 geschlossenen das ist schon mal auf jeden fall eine super gute news muss man sagen durch 178 standort die geschlossen wurden werden natürlich kosten eingespart und die 60 die eröffnet worden sind übertreffen sogar noch den umsatz der 178 also ist natürlich schon mal ein wirklich ein ein top news muss man sagen wird sich in der nächsten zeit auf jeden fall auswirken wenn wieder die blockbuster kommen und wenn wieder die filme richtig anlaufen wir haben ja das problem gehabt mit den schauspieler streiks die da die ganze zeit angehalten haben und deshalb kam natürlich viele blockbuster nicht in die kinos das wird sich jetzt ändern 20 25 20 26 sagte adam aaron die werden richtig richtig gigantische super und da dürfen wir gespannt sein da wird vielleicht auch möglichkeiten dann geben dass schon schulden abbaus weiterhin schon alleine vielleicht durch den umsatz durch den gewinn der erzielt wird das wird man dann sehen ob es tatsächlich wirklich so gut wird auf jeden fall dieser juni war ein zuschau rekord seit 103 jahren des bestehens gab es nie so einen guten juni wie diesen juni also man merkt da natürlich schon dass sich da was tut dass es aufwärts geht und dass da die kinos lange nicht tot sind und dass hier tatsächlich was passiert die merchandising artikel haben sich auf dreifache erhöht diese der verkauf von dem merchandise artikeln auch natürlich eine top news super natürlich ums dreifache erhöht ist natürlich schon eine nummer muss man sagen und 43 kinos wirtschaften 33 prozent des ebitas von amc ist auch eine nummer da muss natürlich schauen warum woran liegt das dass es 43 kinos sind die 33 prozent erwirtschaften und die anderen dann halt nur den rest im endeffekt weil das müsste schon natürlich dann auch so sein dass ja die ganzen restlichen kinos da stimmt natürlich irgendwas nicht meiner meinung nach ja wenn natürlich 43 kinos ein drittel erwirtschaften und dann die restlichen kinos dann nur noch zwei drittel wie restliche kinos sind es sind einige müsste ich noch mal recherchieren aber 43 ist auf jeden fall mehr wie ein drittel der kinos die es gibt von amc auf jeden fall eine interessante sache ein interessantes webcast und zahlen natürlich auch wie gesagt ja durch wachsen schlecht würde ich sagen aber der die aussicht zählt ja eigentlich wie es weitergeht wie es was weiter passieren wird und wie gesagt und diese punkte die ich jetzt hier genannt habe die sind doch schon sehr also sehr sehr zukunftsträchtig und positiv zu bewerten wie es denn hier weiter gehen könnte wie gesagt vor allen dingen hat auch ja dass im prinzip 60 neue standorte die 178 standorte die geschlossen wurden übertreffen an umsatz natürlich schon mal richtig 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 gut und schuldenabbau natürlich auch toll und diese umschuldung diese finanzierung der schulden ist natürlich auch eine super top news gut wir schauen doch mal gerade auf die ortex zahlen die habe ich euch gestern ja nicht gezeigt weil gestern habe ich kein video hochgeladen wir schauen mal auf die ortex zahlen zwar haben wir ein short interest von 16,26 prozent short interest das geld was jetzt dahinter steckt diese 305 millionen dann haben wir im prinzip 59,6 hier scherzen die sport sind und dann schauen wir uns dann gleich noch mal weiter an scherz geliehen werden können 102 beziehungsweise 103 millionen knapp poste borrow vernachlässigbar klein utilization von 82,2 und der short score von 68,44 dann schauen wir noch ganz kurz ob es irgendwas neues gibt bei adam aaron und da sehen wir das nur mit dem ascha konzert was da stattfinden wird im september 12 13 14 15 hatte ich auch mal im letzten video schon gesagt das heißt hier gibt es auch nichts neues aber gut das war ja jetzt schon eigentlich einiges jetzt wie gesagt zum webcast zum zahlen so dass man sagen kann okay wir können ins wochenende starten ja gut heute ist ja schon samstag ist ja schon wieder fast zu ende aber gut wir starten jetzt im prinzip von der seite von aktien news zumindestens wochenende und ja ich würde euch würden wir wünschen natürlich wenn ihr den kanal abonnieren würden die glocke der leute um nichts überpassen von der mc von der gmi von aktien und auch crypto währung ansonsten habt ein schönes wochenende lasst euch gut gehen und wir hören uns wieder